Wir haben gesehen, dass es in Deutschland um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert viel Licht gab, viel geistlichen Aufbruch, aber auch viel Schatten, viel Okkultismus, viel sonderbare Machenschaften. Es gab im Positiven wie im Negativen einen Aufbruch. Und nun kommen wir zur Entstehung der Pfingstbewegung. Wir müssen verstehen, dass durch die Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte es immer wieder und immer wieder zu geistlichen Aufbrüchen kam, in denen urchristliche Wahrheiten wieder neu entdeckt wurden und praktiziert wurden. Nur einige wenige Beispiele. Zungenrede beispielsweise gab es auch unter den Quäkern Mitte des 17. Jahrhunderts oder bei den ersten Methodisten um 1739, bei der Lesare-Bewegung in Schweden um 1803, bei der Irvingianischen Bewegung in England um 1830 oder bei der Irischen Erweckung um 1858 und so weiter. Ungewöhnliche Geistesgaben gab es schon bei den Waldensern im 12. Jahrhundert, bei der Kamissardenbewegung um 1700 oder bei der Inspirationsbewegung von 1710. Immer wieder gab es geistliche Aufbrüche, gab es Gruppierungen, die sich danach ausgestreckt haben, gab es Menschen, die Gottes Gnadengaben empfangen haben, ganze Bewegungen. Und häufig hat die Kirche gerade diese Gruppierungen verfolgt. Zur eigentlichen Geburtsstunde der modernen Pfingstbewegung kam es am Neujahrstag 1901. Am 01.01.1901, also eigentlich dem ersten Tag des neuen Jahrhunderts. Und zwar in einer Bibelschule in Topeka in Kansas in den USA. Durch Berichte über die plötzliche Gnadengabe der Sprachenrede auf Missionsfeldern angeregt, das war also so, dass Missionare plötzlich in der Sprache des Landes sprechen konnten, in die sie gesandt worden waren, beschloss ein junger Mann, 27 Jahre alt, Charles Fox Parham, im Jahre 1900 eine Bibelschule, eine Missionsschule zu gründen. Denn sein Gedanke war, wenn Menschen diese Sprachengabe empfangen, dann wissen wir, wohin Gott sie senden will. Und wir wissen, dass sie effektiv sofort mit einer Missionsarbeit beginnen können. Die Hauptzielsetzung seiner Missionsschule war, diese Sprachenrede, diese Geistestaufe zu empfangen. Und an diesem 01.01.1901 empfing als erste eine junge Bibelschülerin, Agnes Ossmann, diese Gabe unter Handauflegung. Nach Berichten konnte sie drei Tage lang nicht auf Englisch reden, sondern nur Chinesisch sprechen und schreiben. Und sie ist auch später als Missionarin nach China gegangen. Und nach ihr enthielten dann in den folgenden Tagen die meisten anderen Bibelschüler und auch dieser Parham selbst diese Form der Geistestaufe. Später zog seine Bibelschule nach Houston in Texas um. Und dort gab es so etwas wie einen Gasthörer, Joseph Seymour. Der war Schwarzer und durfte an dem Unterricht dieser weißen Schule gar nicht teilnehmen. Aber Parham hat ihn gestattet, dass er sich auf den Flur setzen durfte und hat die Tür offen gelassen. Und so konnte er am Unterricht doch partizipieren. Seymour gilt als der eigentliche Vater der modernen Pfingstbewegung. Er wurde nach Los Angeles zu einer Heiligungskirche von Schwarzen als Pastor berufen, aber verließ diese nach einiger Zeit wegen Lehrfragen. Und traf sich dann mit anderen Gläubigen, Schwarzen Gläubigen in Hauskreisen. Und dort, während einer zehntägigen Fastenzeit, geschah es, dass am 9. April 1906 in der Bonny Bray Street das Feuer fiel. Fünf Tage später, am 14. April 1906, warnte er in einer deutlichen, drastischen Predigt vor Gottes Zorn, von dem er sagte, dass er die Erde zum Beben bringen werde. Vier Tage darauf kam es zu einem äußerst starken Erdbeben, das große Teile von San Francisco zerstörte. Durch dieses Beben und die anschließenden Feuer kamen etwa 3000 Menschen ums Leben. Man hat ausgerechnet, wie hoch die Schäden damals gewesen sind. Und nach heutigem Verständnis wird das mit der Hurricane Katrina Katastrophe verglichen. Man sagt, das war etwa ähnliche Auswirkungen damals. Dieses Erdbeben ist außerordentlich berühmt geworden und zwar aus dem Grund, weil damals die fortgeschrittene Technik dafür sorgten konnte, dass es auf der ganzen Welt publik wurde. Telegrafen, Fotografie und die Printmedien machten das überall bekannt. Los Angeles war eine Stadt, in der die Christen schon jahrelang um eine Heimsuchung Gottes gebetet hatten. Vor allen Dingen, als sie hörten, dass in Wales, in England, es zu einer mächtigen Erweckung gekommen ist, intensivierte sich ihr Gebet für ein Wirken Gottes in ihrer Stadt. Seymour und seine Gruppe mieteten eine alte Methodistenkirche, die zwischenzeitlich als Stall und dann als Lagerhaus genutzt wurde, in der Azusa Street 312. Im April 1906 kam es in diesem kleinen Gebäude, nur etwa 12 mal 20 Meter groß, zu einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes. Drei Jahre lang gab es dreimal am Tag, an sieben Tagen die Woche, Versammlungen. Und diese Versammlungen waren durch Sprachengebet und durch erstaunliche Heilungen und Zeichen und Wunder begleitet. Diese Erweckung in der Azusa Street wird allgemein als Wiege der modernen Pfingstbewegung angesehen. Seymour nannte sie Pacific Apostolic Faith Movement. Und er interpretierte diese Pfingstliche Kraft einfach als mehr von der Liebe Gottes. Besonders interessant war das völlige Verschwinden von allen Rassenunterschieden. Das war in den USA ein absolutes Novum. Schwarze und Weiße, Männer und Frauen, Arme und Reiche beteten Gott gemeinsam an. Und die Parole lautete, The color line has been washed away by the blood. Ein Augenzeuge berichtete darüber. Drei Tage und drei Nächte jauchzten sie. Es war an Ostern. Von überall her kamen die Leute. Am anderen Tag war es unmöglich, in die Nähe des Hauses zu kommen. Wer trotzdem ins Haus gelangen konnte, der fiel unter die Kraft Gottes. Die ganze Stadt war aufgewühlt. Sie jauchzten, bis die Fundamente des Hauses wankten. Aber es wurde niemand verletzt. Pastor Frank Bartelman, der Hauptdokumentator der Azusa-Sried-Erweckung und ein Augenzeuge, berichtet beispielsweise Folgendes. Donnerstag, 19. April, das war ein Tag nach dem schweren Erdbeben in San Francisco, saßen wir mittags in einer Versammlung in der Pnilhalle zusammen. Plötzlich fing der Boden an, sich unter uns zu bewegen. Eine schwer zu beschreibende Empfindung ging durch den Raum. Wir saßen da voller Furcht. Ich ging nach Hause und hatte nach einiger Zeit des Gebetes, den ernsten inneren Eindruck vom Herrn, in die Azusa-Sried zu gehen. Hier hatten sie ein altes Gebäude gemietet, eine frühere Methodistenkirche. Alle Schichten der Menschen begannen in Haufen zu den Versammlungen zu ziehen. Die ganze Atmosphäre des Himmels war hier. Bald liefen die Versammlungen Tag und Nacht. Es kamen mehr Weiße als Schwarze. Großer Nachdruck wurde auf die Kraft des Blutes Jesu Christi gelegt, zur Reinigung von allen Sünden. Die Gottesdienste waren fast ununterbrochen. Suchende Seelen konnten beinahe zu jeder Stunde unter der Kraft gefunden werden. Die Städte waren nie geschlossen oder leer. Die Leute kamen, um Gott zu begegnen. Auch galt kein Ansehen der Person. Der Reich und Gebildete war derselbe wie der Arme und der Unwissende. Alle waren gleich. Wir anerkannten nur Gott. Dämonen fuhren aus, Kranke wurden gesund und viele wurden gerettet, zurückgebracht und mit dem Heiligen Geist getauft. Von Los Angeles aus breitete sich diese Bewegung sehr rasch aus. Innerhalb von nur zwei Jahren hatte sie in 50 Ländern der Welt schon Wurzeln geschlagen. Und schon im Jahr 1912 hatte sie jede amerikanische Stadt mit mehr als 3000 Einwohnern erreicht. Man publizierte Literatur in 35 verschiedenen Sprachen. Und über Skandinavien wurde 1907 dann auch Deutschland von dieser Bewegung erfasst. Und durch den Haushalt zu sch allen tierra zu taken. Kurz dazu geht es bei der Ähnlich capitul nach. Ich helden so weit, wenn wir mit dem Wasser anfangen. Von den portrayalteälten,